Hallo, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. So, jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes so ein bisschen anstellen. Hm, da würde ich sagen, gehen wir mal zu diesem unbekannten Ort. Einfach, um ihn zu erkunden. Jetzt komme ich hier nicht mehr an meinen Gyrocopter oder wie? What the fuck? Jetzt komme ich da erst auf dich hoch. Wie komme ich da denn jetzt wieder hoch? Hier hinten rum. Muss ich wieder hier rumgelaufen? Ja, jetzt. Nee, ich laufe andersrum. Spyder ist ziemlich gleich schnell. Denke ich mal. Na komm, lauf ein bisschen schneller. AJ. Schön mit der schallgedämpften Pistole. Finde ich schon irgendwie cool. So, hier hoch. Sehr gut. Wo ist jetzt mein Gyrocopter? Da. Da steht er, laut Map. Ziemlich knapp geparkt. Hoffentlich rutscht er nicht runter. Nee. Startet sofort. Instant. Instant. Gut. Noch 150 Meter. Was ist das hier? Achso. Hoppla. Schanat. Was ist Schanat? Wilderer. Pote entdeckt. Okay. Was haben wir hier drin? Ne Maske. Ne Maske. Stirb. Eine von 55. E-Halten zum Lesen. Anführer von allem. Das ganze Land sitzt fest und still wie eine Lotusblume. Macht wartet darauf, befreit zu werden. Zu einer Ziege zu werden und auf Hufen zu tanzen. Alles klar, die Ziege. Ja. Ganz genau. Die Ziege. Schreibt einen Zettel. Hä? Ja, ja. Truhe. Ah, hier. Jetzt geh doch auf, verdammt. Oh, oh. Äh, äh, hier. Nein, 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 nein. Jetzt ver- Stirb doch. Da greifen die mich einfach an. Wat für Pussis. Ja, die häuten wir mal alle. Ah, au. Das hab ich auch nicht gesehen. Okay. Rot und Fell. Rot und Fell. Und irgendwo fliegt ein Adler rum. Der muss sicher gleich auf den Sack gehen. Und hier. Äh, äh, die Truhe. Ah, hier. Hm. Den haben sie scheinbar schon gehäutert. Ah. Hier. Okay. Schwarze Liste der Regierung. Munition für Präzisionsgewehr. Sehr schön. Dann geht's weiter. Haben wir den Ort auch erkundet. Was ist das denn? Bombenentschärfung? Das kenn ich ja noch nicht. Es gibt auf jeden Fall genug zu tun hier. In Kürat. So, ja, Vorsicht. Okay. So. Hahaha. War das jetzt ein Adler? Hahaha. Jo, natürlich. Was ist los? AJ, wir haben nicht viel Zeit. Ja. Komm schnell her. Ja. Ich krieg gleich einen Headshot. AJ. So. Ich muss hier hin. Bombenentschärfung. Die Royal Army hat ein Sprengkommando an einem Einsatzort in der Nähe geschickt, um zu verhindern, dass der Goldene Pfad weiter nach Norden vorrückt. Begib dich dorthin und entschärfe die Bombe. 40.500 K. Um was für Vorräte geht es genau? Abgeworfene Notrationen für ein Dorf in der Nähe. Sie haben ihr Ziel verfehlt und Paul alarmiert. Na, super. Jo. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Okay. Was ist das denn hier? Okay. Wo? Boah. Ach, hier sind wir wieder. Warum fliegt der jetzt so hoch? What the fuck? Warum fliegt der hier so hoch? Ich halte der SCHG gedrückt, verdammt. Ah. Jo. Das war ein bisschen uncool. Ach nö, jetzt ist mein Gyrocopter weg. Okay. Erstmal ein bisschen umsehen. Scharfschütze natürlich auch wieder am Start. Der mich zum Glück noch nicht sieht. Mal sehen, wer hier der bessere Scharfschütze ist, ne? Das war schlecht. Headshot. Headshot. Ich wurde entdeckt. Ja, komm. Granate-Effekt schon, würde ich sagen. So, hier frisst das, du Stück Scheiße. Hier, für dich. Okay, das war schlecht. Nur. Der kommt hier über das Band runter. Der muss tot sein. Ja. Halt dein Maul. What the fuck? Ich hab noch 25 Sekunden. Shit. Ich muss mich jetzt beeilen. Autsch, utsch, utsch, utsch. Nein, 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 nein. Nein. Das war jetzt ne Verzweiflungsaktion. Shit. Okay, nochmal das Ganze. Aber jetzt ein bisschen vorsichtiger. Woran erkennt man ihn? Von einer Muschi. Kleine Pussy. Au, 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 au. Hier haben wir zwei Gegner, okay. Den holen wir uns jetzt. Jetzt für den Tickdown. Und zack. Sehr schön. Okay, Bombe in Schrift. Sehr gut, sehr gut. So, schnell wieder zurück in den Busch. Wo ist die nächste Bombe? Sind jetzt beide da oben, okay. Okay. Mal sehen, ob sie mich sehen. Bis jetzt noch nicht. Mal durchsuchen. Mal durchsuchen wir den hier mal. Oh, 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 oh. Shit. Ja, komm, geh noch ein bisschen schneller. Scheiße. Shit. Shit. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Nee, 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 nee. Ihr seht mich nicht. Ah, shit. Headshot. Ja, ne, ihr macht die Bomben scharf. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh. Das ist die Bombe. Komm, entschärfen. Entschärfen. Entschärfen, Alter. Ach, hat der schon. Okay. Granatwärfe ist immer die beste Lösung. Stirb. Ah, oh, das ist schmerzhaft. Okay, heilen. Und die letzte Bomben entschärfen. Hier, schnell, mach hin. Jawohl. Ich geh hoch. Au. Feuer. Na, wie geht's? Hahaha. Nö, 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 nö. Nicht mit mir, hey. Liegen bleiben. Dankeschön. Was hast du so bei? Okay. Eine kleine MP. Nee, will ich nicht. So. Deine Sachen hab ich schon. Seine Sachen. Ja, die sammle ich noch auf. Okay. Wie sieht's mit dir aus? Deine Sachen hab ich auch. Die hab ich ganz schön weggemorscht hier, die Typen. Ja, gut. Ey, ihr könntet mir euer, euer Fahrzeug geben. Verdammt. Lol, 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 lol. Fährt der mich einfach zusammen? Einfach über den Haufen gefahren, der Penner. Hm. So ein Wichser. What? Ein mieser Wichser. Was ist das hier? Royal Fracht. So. Jawohl. XP und K erhalten. Ah, volles Feuer gelaufen. Okay, jetzt brauch ich ein Fahrzeug. Laufen wir mal da hin. Stirbt doch. Shit. Granatwaffe. Du kommst mir ein bisschen zu nah. Verpisst euch. Alter, war das jetzt knapp. Ich sollte mir mal wieder ein paar Spritzen zulegen. Aber ich hab keinen Plan, wie man die herstellt. So, hier den erstmal reparieren. So. Ich scheine ein paar Gegner zu kommen. Schieß mal nicht auf mich hier. Au. Au. What the fuck, Alter? Ah, da lebt es. Der ist mir ein zu großer Feind. Oh, shit. Stirb. Kleine Missgeburt. Oh, jetzt ist er gestorben. Hat er... Oh. Und wieder ein Adler. Adler. Ah, Hilfe. Adler. Was haben wir hier denn? Nichts. Auch gut. Hier ist irgendwo eine Truhe. Und die möchte ich gern haben. Und eine Money-Mühle. Ne, ein Propagandaposter. Okay. Propagandaposter. Weg damit. Sehr gut. Hier ist doch noch irgendwer in der Truhe. Jawohl. Und eine Karma-Mission. Erschieß die Geiseln, jetzt. Au. Hey, halt dich mal zurück jetzt. Was ist denn los mit dir? Bisschen dumm oder so. Unten. Alter. What the fuck? Kommt immer alle auf einmal. Was sollt ihr von mir? Mann. Seid ihr Missgestalten? So. So. Oh, 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 oh. Komm. Schön stehen bleiben hier. Sehr gut. Und ich muss mir mal wieder Munition kaufen. Xp und K erhalten. Oh shit. Das war eine Reflexaktion. Puh. Moment, der müsste ein Beschädigtes völligen lassen. Oder? Jo. Hat er tatsächlich. Was ist da oben noch? Ist hier ein versteckter Ort. Oh, hier sind ein paar Truhen. Und Leichen. Zugseilbahnwagen entdeckt. Oh, 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 oh. Ich habe gerade einen fahrenden Händler gesehen. Unten auf der Map. Zu denen möchte ich gleich noch. Weil ich fast keine Munition mehr habe hier. Ich kann jetzt mal den Jäger ausschalten. Oh, siehst du mich? Loll. Ich war doch voll drauf. Nicht, nichts gibt's hier. Keiner rollt sich hier weg von mir. Oh, ich würde ihn so gern hier noch killen. Ach shit. Ah, einen Schuss hätte ich noch. Was macht der denn? Wo ist jetzt der fahrende Händler? Genau. Da wollte ich gucken. Aber den sehe ich nicht mehr. Haben die den plattgefahren oder was? What the fuck? So. Hier Zugseilbahn. Jawohl. Holt ihn. Die Waffe wollte ich eigentlich nicht wechseln hier. So. Was hat der so dabei? Eine Granate haben wir ja glaube ich noch, ne? Wir wissen, dass du hier bist. Hallo. Was? Ich muss den erst töten, bevor ich den losbinden kann. What the fuck is das denn? Loll. Halt deinen Maul. Nichts wird hier eliminiert. So. Komm mal her, hier. Bitteschön. Ja, du schuldest mir ein bisschen was. Schön, dass du da bist. Hallo. Zu dir wollte ich. Ganz genau zu dir. Jawohl. Oh, 329.000. Okay, das Sachen aufsammeln lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner... Ähm, ich möchte meine Waffen noch anpassen. Und so wie ich jetzt ausgerüstet bin, gefällt es mir überhaupt nicht irgendwie. Und zwar nehme ich die hier. Tue ich mal hier rein. Yes. Okay, für schallgedämpfte Nahe-Angriffe haben wir den Bogen. Und für schallgedämpfte Fernangriffe haben wir die Sniper. Oh, shit. Shit, 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 shit. Treffer. Treffer. Also der Bogen ist echt richtig geil. So, was hast du so bei? 29 Pfeile. So, haben wir gleich wieder ein bisschen was aufgesammelt. Und hier unten haben wir noch eine Truhe. In unendekten Orten. Propaganda-Poster. Und noch so allerhand Shit. Jo, ich bin auf der Hand gelandet. Und wir haben neue Fähigkeiten. Muss ich mal kurz gucken. Ehrlichkeiten. Non-stop. Du kannst mit endlos sprinten. In der Hocke bewegst du dich auch schneller. Sehr schön. Das nehmen wir doch gleich. Okay. Ah, jetzt habe ich wieder keine so verdammte Dinger gekauft. Was ist denn los hier? Sieht aus wie Badra. Nur ein bisschen größer. Okay, was haben wir hier unten? Da ist das Propaganda-Poster. Was haben wir uns noch? So, sehr schön. Noch acht bis zur nächsten Belohnung. Jo, das dauert noch. So. Vorsicht. Okay, die Manni-Mühle noch. Manni-Mühle. Hallo, Manni-Mühle. Zeig mir nicht an. Da hundert die Scheiße an. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das wieder mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder bei Far Cry 4. Haut rein und ciao. Dann Dazoo. Untertitelung des ZDF, 2020